Wir sind soweit. Mit dem Herrn Buchbinder zusammenarbeiten, das ist ein bisschen so wie mit Nikolaus Hannoncourt zusammen. Also das sind so meine Helden meines Berufslebens und dazu zählt er sicher auch, der Rodolf Buchbinder. Er ist ein großartiger Künstler und mir macht das total viel Spaß. Ich finde diese Location hier ist so liebreizend, bezaubernd, märchenhaft, geheimnisvoll. Also wenn man durch diesen Park geht, dann kommt hinter jedem Baum wieder etwas Neues hervor. Aber man sieht wieder neue Ecken und diese unendliche Großzügigkeit, die man hier vorfindet, ist etwas ganz Seltenes und daher auch etwas ganz Rundes. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020